Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 13. Januar. In der Wiesbadener Fußgängerzone herrscht wieder Maskenpflicht, der Andrang an den Corona-Teststationen ist weiterhin groß und die Neuinfektionen bundesweit erreichen erneut einen Höchststand. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In der Wiesbadener Fußgängerzone und Altstadt herrscht wegen der Corona-Lage wieder Maskenpflicht. Die Stadtpolizei kontrolliert die Einhaltung der Maßnahme, die seit Sonntag im Rahmen der aktuellen Corona-Hotspot-Regelung täglich von 10 bis 20 Uhr gilt. In den ersten Tagen hat die Stadtpolizei die Erfahrung gemacht, dass viele Wiesbadener von der Maskenpflicht offenbar noch nichts mitbekommen haben. Die Überraschung ist groß, wenn wir sie ansprechen, fasst Stadtpolizist Jonas N. während eines gemeinsamen Kontrollgangs mit dieser Zeitung zusammen. Seit Mittwochnachmittag weisen einige Hinweisschilder, die an Laternenmasten aufgehängt wurden, zusätzlich auf die Regelung hin. Mit der Maskenpflicht setzt die Stadt eine Vorgabe des Landes Hessen um. Ausgesetzt werden kann sie erst, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 350 liegt. Tausende Corona-Tests täglich, Tendenz steigend. Die Nachfrage in den Schnelltestzentren in Wiesbaden ist weiterhin hoch. Im Durchschnitt seien dort in den vergangenen sechs Wochen je 30.000 Tests in der Woche abgerufen worden, erklärt der Pressesprecher der Stadt, Ralf Munzer. Die Zahl der Teststellen ist ebenfalls weitergewachsen und ein zusätzlicher Ausbau der inzwischen 26 Teststationen auf 33 sei geplant. Mit Blick auf die seit Sonntag geltende 2G-Plus-Regel in Innenräumen erwartet die Stadt zudem eine weiter steigende Nachfrage. Aktuell belaufe sich die Kapazität der Wiesbadener Teststellen auf rund 100.000 Tests in der Woche, berichtet der Stadtsprecher. Bei akutem Bedarf könne die Zahl erhöht werden. Hinzu komme das Angebot von Apotheken und Arztpraxen, das die Stadt mit rund 25.000 Tests in der Woche beziffert. Wer waren Gust Kaiser oder Kettchen Paulus? Und warum stehen diese Namen unter den Schildern der Wiesbadener Langgasse oder Wilhelmstraße? Dahinter steckt die Aktion Femorial des Wiesbadener Frauenmuseums. Die Wortschöpfung setzt sich aus Feminism und Memorial zusammen. 60 temporäre, pinkfarbene Straßenschilder sollen seit November auf das eklatante Missverhältnis zwischen Frauen und Männern bei der Straßenbenennung hinweisen und nicht nur für Wiesbaden wichtige Frauen wieder in Erinnerung bringen. Wir könnten für unsere Wiesbadenerinnen doch mehr Lokalstolz entwickeln, sagt Kim Engels aus dem Vorstand des Frauenmuseums. Für sie sind Straßenschilder als gelebte Geschichte eminent wichtig für die Identität einer Stadt. Und es gebe sehr viele Frauen, die einer Ehrung würdig wären. Die für Straßennamen zuständigen Ortsbeiräte sollen nun eine Vorschlagsliste erhalten. Das Kiedricher Weingut Robert Weil ist unter die besten zehn in Deutschland gewählt worden. Künftig soll das Weingut noch wachsen, nicht an Hektar, sondern weiterhin qualitätsfokussiert. Es geht ums Renommee. Mit 90 Hektar Rebfläche, auf denen ausschließlich Riesling wächst, habe das Weingut seine Größe gefunden, erklärt Winzer Wilhelm Weil, Mitinhaber des Weinguts. Bei den 800.000 Flaschen Riesling, die im Jahr produziert werden, soll es bleiben. Keine Generation vor uns konnte so konstant so gute Weine ernten, erklärt Weil den erneuten internationalen Erfolg deutscher Weine. Für das Kiedricher Weingut war 2021 das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Im ersten Pandemiejahr habe man lediglich Verluste von drei Prozent verzeichnet. Doch freilich ist die weltweite Krise auch am Weingut Robert Weil nicht spurlos vorbeigegangen. Vieles, was vorher bereits geplant war, wurde infolge der Pandemie beschleunigt. So beobachtet Weil eine deutliche Verschiebung hin zu online. Gerade in Sachen Distribution habe man nachlegen müssen, um neue Partner zu gewinnen oder sich in Online-Weinshops gut zu positionieren. Wir kommen zurück zum Thema Corona und zu der Frage, handelt es sich mittlerweile um eine Pandemie der Ungeimpften? Mehr als 80.000 Coronavirus-Neuinfektionen wurden am Mittwoch und Donnerstag gemeldet, so viele wie noch nie in der Pandemie. Es dürfte nicht der letzte Rekord gewesen sein. Die Impfung schützt sehr gut vor einem schweren Verlauf. Das zeigen die Statistiken aus anderen Ländern, aber auch aus Deutschland. Die Zahlen der schweren Verläufe liegen deutlich unter denen früherer Wellen, trotz heute viel höherer Infektionszahlen. Da die Gruppe der Ungeimpften in der Gesamtbevölkerung aber inzwischen sehr klein ist und die der Geimpften sehr groß, wird klar ersichtlich, die Wahrscheinlichkeit für Ungeimpfte, auf einer Intensivstation zu landen, ist sehr viel höher als für Geimpfte. Allerdings, mit Blick auf die hohen Infektionszahlen auch in Ländern mit hoher Impfquote, sowohl in Europa wie auch in Deutschland, kann die vor Monaten verbreitete These einer Pandemie der Ungeimpften so nicht weiter aufrechterhalten werden. Zum Schluss noch der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert-Koch-Institut übermittelten Neuinfektionen hat erneut einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten am Donnerstagmorgen 81.417 Fälle. Vor genau einer Woche waren es 64.340 erfasste Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 427,7 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 407,5 gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 316 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 3,13 an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Das war die heutige Ausgabe von Gude Wiesbaden, unserem täglichen News-Update mit den wichtigsten Informationen und Nachrichten für Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. Hört euch aber auch gerne mal unseren Podcast Rheingehört der Wiesbadener Volontäre an. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.